12 fünf hast du glaube ich ich glaube sich mal so ein feiler und chitin rein und dann hat sie die rüstung ist ziemlich ziemlich gut vor allen dingen der helm ist gut das kann ich machen so weil ich kann ja dann kannst du noch müssen sie bauen kannst du das schon jetzt ist echt du bist echt ziemlich unter der wissen ja dauernd kennt ja ja ich habe immer immer gesammelt immer gehauen dann hätte ich hätte ich nicht bauen können das kann mit mit sicherheit kann sie es mit ich mitte schon ewige zeiten okay ich mitte auf jeden fall ja auch weiter aber nicht und dann halt ja flimmt du brauchst wahrscheinlich wieder feile gleich nicht ich habe dich gelootet wieder einer weniger was das gesehen hast ja ich möchte ich alles rausgenommen haben sollte im mammut sein okay dann metall 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 dass du die dass die fortschritts vollkriegs wenn der 2 gebaut hast geht es um das weg ja ich weiß schon wieder trinken ist ja fast wie man was musst du dem auch sagen dauernd trinken das war doch dein standardspruch bei matze trinkt war so da war noch bei h1 z1 war matze du blutest okay wenn das u ja danke mitkommen du weißt ich spiel sonst nie mit der standard belegung ja jetzt machst du mal die stückte jahre und steckt gern und dann jetzt wurde fort und dann geht's voran weil es ist ein bisschen gas musste leider geben weil die wand kommt ja ich ja da gibt es eine wunderbar stelle an der ich dauernd stehen hängen bleibt jetzt fehlt man echt wird noch gut und immer holt schon wissen was drin warst du hast doch immer mammut rumgehauen falsches mammut richtiges mammut ja aber nur 7 das bringt man nix alle schild 36 minuten über die wand hier so langsam kommen ja bald spätestens bei 25 musste hier weg sein achte unten steht ja noch ein raptor und wie gesagt bei zwei sind oben zwei raptoren und zwei momenten fünfte leben leben ja ist lustig ja ich habe gerade ist dann steck bern genommen ja du bist die ganze zeit überhitzt ja gut wenn ich dann war man was fehlt denn jetzt noch für die knarre zu bauen weiter fort damit das eisen schneller rauskommt die zweite fort dahin bin ich schon dabei braucht ja zwei knarren die die kost 40 metal ingots die shotgun ach so und wenn du da noch eine pistole dabei willst schön verteilen jetzt brauchst du mal eine shotgun schon mal von den ingots die da sind die müssten reichen vielleicht brauchst du holz da drin so kann ich noch nicht ein level noch sammel achse weg sammeln immer sammeln 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 ja das bringt nichts da sammeln sie nix gibt keine form doch ach so ja klar ja fast nix alle alles und metall ob sie die an gibt ja auch schön mit da kam da jetzt was raus mit ja ja für ihn hatte ich dann nichts bekommen ok ist überladen kann man ja da hochladen du wirst du mir viel zu die axt weg und sammeln bären einfach sammeln bis kurz davor ja da ist noch ein strauch noch ein strauch also die bären rein dann ist das schon mal wieder weg da ist das was sagen wir dann haben wir noch acht so jetzt haben wir wieder platz mal stein weg ja doch jetzt laufen jetzt schaut gern raus und dann wird das die erst mal die simple pistol jetzt kommt erst aber ich kann zumindest einmal mich umziehen welche team geht jetzt da so die shop kann ganz ja noch nicht nein nein dann war die pistol das ist wenigstens die hast dann metallfelsen klein hauen und schläppeln dann ist die shop dann wahrscheinlich was ja ne wahrscheinlich bei 35 erst bei dem die ist bei 35 das ist ja auch im vierer wieder anders als ich brauche ja eh noch was ich brauche ich brauche doch noch die komische reibschale im mammut mit der ganzes metall reinschmeißen wenn du hast gut halt habe ich habe ich nicht war doch genug schuss oder also stimmt du hast ja um das ist gut kommt mit mammut genau du oder rechts und links 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 da ist doch direkt alt links oben auf der spitze wo du warst ach schon gehen da ja guck doch das rennt doch beim metall da rennt das level acht und ist überladen muss noch zum mammut kommen bestimmt bei obsidian wahrscheinlich ja was ist einem pfeifen angucken und t links waren metall da ist aber auch da ist auch metall ist gut ja ja aber ich bin nicht gewohnt mit den ganzen menschen im ohr ich auch meist der helm ja ja der nächsten headshot kriegst von mir versprochen ja geht auch ganz gut und überladen woher geht sehr gut ich habe mir ja kern dass die anste wegwerfen glaube ich oder brauchen wir das für was nee nee es ist auch nicht mehr daran zu denken oh komm weiße metall sehr schön sind die fortschüsse noch gut gefüllt gewesen ja das sind doch über 100 dringern ok dann hält das ja also metall habe ich da wirklich zum säuer füttern ja ja die ecke ist geil ja nur halt ist überladen vorsicht zurück in überladen ich brauche es eh nicht ja ich weiß so und schon wieder du ist nur 2 du meinst ich soll euch die punkte retten macht doch gar keine gar keine stress ja ich gehe schon machte keinen stress nur einfach dein ding machst dein ding carnivore drop nach oben aufs kann aufs mammut aufs mammut draufsteigen nach oben gucken raptor und raptor und die machen ja die machst du weg super super geil hast du locker sehr gut gibt level für das mammut ist doch wunderbar jawohl das ist super das dritte mal also irgendwie was kommt da sei doch froh dass da so ein kleines Vieh kommt ja wenn jetzt ein Spino gekommen wäre ja oder rechse hatten wir auch schon habe ich schon ok wunderbar hast du ein leben im mammut gemacht damit es froh sein kann ja ja super das kriegt nur leben ja jetzt gleich nicht mehr dann auf damage gehen weil das ähm regt nicht mehr so schnell äh die kannst du nicht hochheilen mit weißt du ja ich weiß ja ich weiß so eine viertel stunde vor enden nur noch auf damage einer noch ich muss auch ein level haben wenn ich das ja hat sie wunderbar ich hab dann hausteine Flint raus kriegst du gleich noch 100 Pfeiler da war noch da war noch Metall Danu reichen hat das Metall wir brauchen nicht mehr Metall glaube ich ja aber gib mir LP die gibt mir LP ja das stimmt oh man Prost Jungs Prost äh Flasche alle ja ja natürlich meint er die Flasche Mineral natürlich 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 aber man das waren schon wieder über 100 Metall also die Ecke ist Hammer ja ich sag ja die ist ne wir hätten wir hatten halt nur leider Gottes links von uns diese Gruppe über 100 waren das schon wieder und wir hatten links von uns die Raptoren und das jetzt sind schon wieder über 80 und das hat uns dann halt das Genick gebrochen das war alles ansonsten da ist die Mauer ja und dann kam der Kano und dann kam der Kano und den hab ich ja noch gekriegt ja aber ja die Kombination war halt wieder scheiße wir hatten recht dann sind wir unten bei der Höhle gelandet dadurch dass man rechts ausweichen muss dann kannst du vergessen die Wand ist da ja die Wand ist da ja mach ich doch okay ja geh geh hoch und hol deine Viecher ne was denn die macht dir noch eine Pistole so schnell ist die Wand ja auch noch netter na komm ich hab's keine zwei Level mehr würde ich so nicht sagen wenn wir jetzt konsequent weiterhaut würde das gehen ich würde auf jeden Fall mal in Richtung hoch gehen ja guck doch wo die Wand ist die ist noch unten beim Wasser gewesen ne 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 halb rechts hinter sich geht schneller als du denkst wenn es dann mal da ist hm hm guck gleich rechts hinter dem Bergkamm hm dann bau dir wieviel wieviel Crystal Munition habe ich in dir gelassen ich glaub es war nur 29 gell ja es wird reichen ne dann bau dir doch noch welche dann bau dir doch noch die Reinschale du hast ja im Grunde genommen alles ok willst du nein natürlich du hast doch jetzt bestimmt Flint und alles in Massen da machst du Spark Powder Cola hast du sowieso dann hast du Gunpowder Metal in Getaste kannst du dir 50 Schuss machen oder sogar noch eine zweite Pistole und 100 Schuss so Reinschale raushauen mhm wovon träumst du nein nein pass auf wir haben so viel Pech gehabt dann müssen wir auch mal Glück haben mhm dann ist klar ja ja klar logisch wo ist das war und brauchst du dir einen Mörser mhm mhm gut oh man wenn ich jetzt nicht den ganzen Steinbergkortet ja wenn ich dann ernst na natürlich war ja nur Ballast komm ja mit der Spitzhacke kriegst du mehr Stein raus als mit der Spitzhacke mit der Eisenspitzhacke kriegst du mehr Stein raus ja so so was fehlt mal äh bei holz noch äh bei Stein noch ganz auch sammeln unter dir lag mach ich wenn der weg ist da kommt 10 oder 20 Stück da gab es jetzt übrigens genau einen Stein da noch da ist es nur rechts von dir liegt ja ja du bist nur gegen vier Mann ach du scheiße jo nur gegen vier Mann nur ja er sagt nur aha schaffst du ja ja gar immer bau vier Pistolen oder eigentlich ich würde ich sagen eigentlich reichen vier Schuss ja Finale ja ich höre es ich kündige er macht es selber naja so habe ich die Kohle hinter und daher oder es lassen mich immer alle im Stich da ja ja ich weiß wie immer oh hä wieverbrauchst du auch eine Richtung weißt du wohin gelaufen muss ja ja gut Rackpowder erst herstellen mit der Kohle wie nah ist sie wir sehen nix also gott ich habe dachte ich jetzt mehr ne ich würde sagen direkt unter Mammut ja ein bisschen hast du noch ah ist noch ist noch so dreh dich um hast du dein ganzes ne es mag sich wie ein Stein das kann nicht wahr sein so ne da habe ich aber noch so ok dann jetzt Tempo 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 hm geh rein da irgendwie Lacks aber ich weiß nicht warum hab ich schon die ganze Zeit ja so und wenden soweit das Minimal ist dann Gunpowder ist nichts bereits raus gehst du rüber zu Smithy und haust dir ein paar bullets mhm oh das geht sich aus hihihihi wird alles gut Danu ja du so leicht ähm du brauchst nur vier Kugeln für jeden Tag acht gibt's immerhin ne was fehlt's ähn an der Mauer an oh an nix wie mein die kannst du gleich rausfalten wie brauchst du nicht jetzt ja ja ich ähm die können ruhig jetzt gefolgen ne ne blockieren sie dich mach U ja die können auch hinter der Mauer überleben ist kein Problem oh Gott ja gegenseitig ja geh 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 bau die Kugeln die haben stresst die Jungs doch die dauern doch auch noch die Kugeln nein aber nicht lange hast du alles raus was wichtig ist schon ja so kommt's mit hab ich alle ich glaub schon super loot crate ja hab ich also dann zu super loot crate das ist jetzt auch den strahl dahin musste gehen wir mal da das ist ein bisschen flacher er durfte karte kenne ich mich halbwegs gut aus daran soll es nicht scheitern hast du alle zwei Mammuts mal ich sehe beide ja ja ach ja so da ist die Mauer da ist sie lang nur denk dran wenn dir welche begegnen mit dem rechtsklick hättest du das Schild von der Nase ja metallsperre hätte sie sich bei uns sollen scheiße bleib nochmal ganz kurz weil ich soll die Taste belegen mit hier angriff ja achso könnt ihr nachschauen was in der Standardbelegung ist ne Standard kann ich nicht nachschauen options ähm ähm ich brauch attack my target linke Spalte sechstes von unten attack my target gut lege ich mal auf F1 und dann brauchst du noch ganz rechte Spalte zweite von unten attack this target das heißt wenn du sie auf attack my target hast das target anschaust mit dem fadenkreuz mit dem gedachten dann machst du this target und dann gehen sie drauf gut ja die Thienrüstung hast du an ja so da wird es jetzt interessant aber ich durchkrieg ja eben drum rechts halten das hast du hier ein riesen Couch du kommst hier nicht im Moment ich komm da durch ich bin hier schon ich komm da durch ja so schon ja ich arbeite mich halt durch ja verteilen noch dein Level gleich da ist dann schon wieder weg ganze Steine scheiß weg 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 nee die ist jetzt weg ja ah so ich glaub die mammuts werden sich hier aufhaken nö das schafft zu schafft zu lockern die sollten da drüber springern wie immer ja jetzt kommt der nächste in einen steinn da weg noch hatte das ist ausgerechnet ein vierer tribe ist der übrig geblieben ist ja anfangs saß ja so aus als wäre es als wären es also ich glaube es waren drei tribes und sechs leute oder sowas gewesen und jetzt sind es aber wirklich nur ja dann weißt du ja wo dich sind die create ist ja runden ja natürlich die werden jetzt supergerüstet sei gewissen vermutlich nicht so viele chancen haben seine karte einen raptoren sterben ja hier auf dem mammut hier auf dem mammut und schubst ihn immer weg immer genau jetzt einmal eine zenten einmal kicken kicken weg hatte ich ja oder ich such das aber der rex stirbt der stirbt jetzt sowieso die werden sich da oben jetzt auch noch den rechts zählen schätze ich mal meiste das noch zeit haben wenn denn der super loopgrade ein bisschen primate war wie fast so ja klar nein ja nein das hat kein level gehabt na sag mal was ist denn das für rex du hast dein mammut nicht auf der mensch gelevelt machen die halt nix die lange durchgehalten ja habe ich gern pistole ja es wäre möglichkeit jetzt baller den kopf bringt man doch nix gar ich lasse mich jetzt einfach vom mega piranha skill wie wärs damit jetzt stehen auch noch ansprüche was so was war denn das für ein rex so du kannst du noch mal eine minute verweilen dich nur umdrehen damit wir ungefähr in die lage wissen wo wir nichts mehr hin müssen das weiß ich ich kenne das ja ja das wir hätten wirklich über die drei auch wieder alleine spielen ich verstehe schon nein aber ich würde gern trotzdem wissen wo ich hin muss falls ich mich noch mal von euch trenne aus versehen aus versehen sagt das jetzt muss ich mal kurz meinen bogen wenigstens reparieren das ding ist ich glaube das ist für ein zweier oder ein einzel match zu weit weg oder was meinst du ja für jeden fall also für ein zweier kommst gar nicht hin so weit ist so lange hast die insel nicht ich hoffe das ist ja ja repair so dann habe ich wenigstens bogen wenn ich sonst nix habe ja ja also vier schossen reichen ja ja klar sowieso so kann man irgendwas sagen wo da irgendwas ist ich sehe nicht gerade überhaupt nichts weg aufgehen nach links so ich sehe momentan nicht einmal im boden aus dem linken felsen vorbei warum ist denn so dumm ja ja wir sind eigentlich ganz gut ja so jetzt weiter weiter einfach keine was weiter ich komme da nicht hoch ich weiß okay da ist ein stein da nur vor dir geht zurück warum siehst du nix hier ist doch hell weil es bei mir so stockdunkel ist dass ich gar nicht sehe was er dann nach links weiter 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 noch ein bisschen drehen nach links weiter drehen weiter drehen ah da sehe ich du ich weiß nicht wo der brunnen ist bei mir schwarz nach rechts jetzt gehen wir nach rechts ja jetzt ist meine gerade aus sehr gut bin froh bin ich da oben irgendwas rechts rechts so wie dich in heils zeterns ja so jetzt einfach gerade aus doch hell ja bei dir vielleicht dann habt ihr seht ihr keine ahnung aber mir kann es recht sein vielleicht wegen der kills ach so ja natürlich genau damit der eine das war doch dieser super mad max war das nicht der den wir mal hatten ja da weiß ich nicht keine ahnung war das nicht der nirgendwo links ja da ist die rampe die sich jetzt auch so es noch ein paar Bären vorher weil du hast Koteletts weil du hast nämlich nichts mehr wenigstens sollst du nicht verhungern nicht wenn du im Stack Bären hast dann das die Koteletts lieber zum Heilen die die unten rein die Koteletts in die Leiste dass du es nicht mehr einhörnst so Moment ja Moment ich schmeiß nur alles raus was ich nicht mehr brauche oh Tracker ja da oben sind wir ja warten schon auf dich na klar wohin läufst du jetzt nur mal weg von meiner Position wie kommt die verfolgt dich nein die tut nicht die steht dort die sind kommen schon runter ja ich habe einen schon gesehen ich auch ich habe keine Chance wenn dann kann ich sie wenigstens probieren eine mitnehmen oder ja ja ohne dass du eine große Chance hast ne die werden ausgelöstet sein ja hast du gesehen mit Rex mit Longling ja da ist einer ja mit Affen und Rex ja die sollen ruhig da drüben suchen ich bin nicht da drüben aber jetzt sind beide runter oder die kommen gleich von hinten da kommt ein verwundeter Track da ist er da schieß ihn schieß ihn schieß ihn da ist er komm ah nicht auf dem jetzt hast du auf dem Dino ja ich weiß kann passieren wie gesagt ich habe eh da ist er da liegt der Waffe dann noch hoch habt ihr hier für eine Waffe Schnellfeuergewehr das war das Schnellfeuergewehr rechts ja ja was so hell war es bei euch ja oh man das war wirklich hell ja bei mir nicht bei mir war ein Stück dunkel das könnt ihr dann in meinem Video schauen wir haben sich noch ein Zielfernrohr gemacht ja aber wir waren immerhin vorletzte ja sehr gut das ist lang genug oh man da ist er noch versteckt das eieieieiei was also so wow Vierer ist halt ganz anders wie zuer ja total es ist aber boah na das Vierer ist auch okay du musst nur wirklich also wir schauen normalerweise dass wir auch nicht gleich am Anfang in Konflikt kommen sondern bauen uns zuerst auch auf wenn es geht allerdings alle vier ja ja das war ja dann wir waren halt getrennt ja wir waren getrennt du warst weg auf einmal halt leider das war das wir waren überhaupt zu weit auseinanders sonst hätte man nicht so einen Levelunterschied auch gehabt ja wieso habt ihr einen Levelunterschied gehabt ja wenn weiß ich nicht welchen Level hattet ihr das müssten wir jetzt nach müssten wir nachschauen ja ich meinte wir hatten dann einen ganz guten Level relativ gleich ja mal gucken aber auf jeden Fall Optimierungsbedarf aber es ist spannend zu viert ja es war mal was neues für euch für uns war es was neues die Stelle ist cool ja und es hat Spaß gemacht also trotz der trotz der bisschen Zeit die wir gebraucht haben bis dahin ja natürlich aber ja insgesamt Spaß hat es schon wir müssen halt gucken wie wir das dann zu viert irgendwie besser koordiniert bekommen es war aber auch wirklich mit den mit den Drops und dergleichen also Carnivore Drop ja also da mit den Events haben wir ja dreimal Carnivore Drop in einer Runde und Sonnenfies ja und Cold und Hitze hintereinander ja das hat mich das Leben gekostet ja das war nett wir werden es das nächste Mal vielleicht wieder probieren mal schauen ich bin gespannt auf eure Kommentare wie es euch gefallen hat vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns macht's gut Ciao Tschüss und wir sehen uns jetzt wir sehen uns jetzt